einen wunderschönen guten haben meine liebe freunde ob es jetzt habe ich zu laut geredet jetzt hat es übersteuert willst du was sagen besser bist du rück einen wunderschönen guten abend meine liebe freunde und willkommen hier auf meinem kanal zu einem neuen projekt einen wunderschönen guten abend noch einmal meine liebe freunde zum neuen part hier auf meinem also noch mal leute einen wunderschönen guten abend meine liebe freunde willkommen hier auf meinem kanal zu diesem neuen klein aber fein projekt um später uhrzeit mit anstart der gute cynics möchtest du was sagen danke vielmals und der gute knils das ist heute eine premiere dass er da ist und das wird alles ganz wunderbar das spüre ich nicht wahr leute ja ja ich merke begeisterung ist auf jeden fall am start starten ich war am handy ach du warst am handy tschuldigung okay nein wir starten natürlich jetzt mal das spiel wir machen ganz private party würde ich vorschlagen nie erstellt eine sie ich mache heute party ich mache heute party sie nix machst du heute party heute party leute das lustigste ist ich habe den ich habe den sie nix nicht bei steam in der freundesliste deswegen kann ich nicht einladen so verdammt schon gut ich habe den mal rausgeworfen als er bei mir zu hause war da hat er geklaut und das ja genau hast du angenommen sehr gut ah da ist er genau das gesicht da oben spiegelt auf jeden fall seinem realen erscheinungsbild spiel spiegelt das wieder das ist das sieht man halt das bild schatzkarten teilen truhe öffnen alles klar wir fahren fort oder wir fangen an so mensch haben oder das nein dein profilbild von steam du kannst im mode einsetzen um mit anderen spielern im mehrspieler modus zu kommunizieren das interessiert uns alles nicht wir sind privat unterwegs let's go aber wer ist gleich wissen dass wir alle gleich stein wird einem auch gesagt dass man hier machen muss ich kann rollen wie machst du das auch eine pause kann man den namen den nickname kann man doch bestimmt noch irgendwie bestimmen oder du musst vielleicht eine banane essen damit du intelligent bist dass du einen namen wechseln kannst kannst du hier öffnen wo soll ich öffnen ah guck mal hier kann man interagieren hier nein ich hab ganz viel zeug liaren steine früchte wie kann man interagieren ich weiß nicht auch junge interagier doch er kann nur rollen diese dumme kinder was müssen wir überhaupt machen macht cc schneidet hakt und sticht frage deine freunde nach einer waffe ich muss etwas umlegen gibt mir eine waffe ich habe mir eine waffe ich habe mir eine waffe ich habe keine waffe da gibt mir doch eine ich habe mir ist es ja dann so eine knilz was müssen wir machen an der tastatur weiß ich nicht doch am kontroller ist das dreieck und was muss man dann was passiert dann da musst du v drücken da kann ein kraftig crafting system ah du hast ein crafting system das habe ich natürlich auch drücken nein ich habe doch c das umgekehrte dreieck fertig was fertig ich kann irgendwas machen fertige eine handaxt habe ich gebaut leute wir kommen vorwärts nice und jetzt auch steine jawohl habe etwas gefunden ich habe ganz viel kokosnuss eingesammelt werkzeugriff wird zur fertigung einer vielzahl an werkzeugen verwendet der werkzeugriff 3000 der werkzeugriff 3000 warte mal ich kann was essen und jetzt muss ich was essen überhaupt energie habe ich doch noch okay ich verstehe es mit dem mit dem inventar es tut sich immer so ein bisschen erweitern jetzt habe ich ein hammer okay und ich kann ihr bett hin bauen okay und jetzt oder habe ich nicht genug ressourcen für das gute stück ich glaube ich habe nicht genug ressourcen was brauche ich denn für das bett ich brauche bequeme polsterung schlafe speichert den einen fortschritt das erste was du siehst wenn du einen affen siehst das erste was du denkst ist ob man den essen kann ich muss sagen ich brauche ich brauche ich brauche dinge ich brauche stroh bündel scheiße corona fläder mäuse greifen mich an wo bist du überhaupt keine ahnung über weit weg im dschungel mann der geht wieder auf entdeckungskurs scheiße nein ich werde angegriffen ich bringe ich fläder mäuse zeug ja wie können wir kämpfen keine ahnung ist jetzt sein problem ich verstecke mich hier weg du dummes maus und das ist ein flaschenpost ein floß bringt dich nicht besonders weit ein mächtiger sturm umgibt die insel und lässt kein so kleines gefährt passieren du wirst etwas größeres müssen wenn du fliehen möchtest oh nice ich habe leider keinen platz mehr ich habe ich habe ich habe eine keule sie nix komm mal her ich habe was für dich da ist jemand eingesperrt ein affe ein eingesperrterter affe hast du meinen move gesehen mach auf hier mach mal das auf mach auf mit deinem stock geht nicht aber doch geht gleich wenn ich gleich gleich komm her kommt euch das an oder folgt uns jetzt also die ja weil du ihn gerettet hast hä wieso hat er meine axt der hat mir meine axt geklaut in meine schlackkeule ich tötet den ich hab sie wieder okay er hat sie mir wieder geben alles gut alles gut aber würden affe darf leben affen kannibale also wir müssen mal irgendeinen unterschlupf oder sowas bauen glaube ich es wird dunkel ja okay wir brauchen noch stroh dann kann ich ja können wir uns ein bett bauen ja vorher kriegen wir keine neuen rezepte wo kriegen wir stroh her nein ist der folgt mir oh hier ist eine höhle ich bin in eine höhle reingegangen ich auch hauptsache schlägt man hat schon alle auf ledermäuse umgebracht die musste bauen die waffe ja wie kann man schwimmen hier ne man kann einfach auf dem wasser laufen ach so wie schlägst du mit linker maustaste aber du musst die waffe unten auswählen in deinem inventar an dachs was da oh krass doch ich habe einen schatz gefunden oder was auch immer was ist das was ist das jetzt überreste alles nehmen ja ist ja leer ok wir müssen immer noch stroh finden dass wir das erste rezept freischalten leute aber ich glaube nicht dass wir stroh von guck mal hier ist wieder ein affe oh leute ich kann stroh machen wie kannst du stroh machen hier kannst du es nehmen ich hab kein platz mehr ja ich sterbe oberhalb links oberhalb der handaxt schlag die fledermaus ah ja ich verstehe es wie ja komm zu uns jetzt geht sie weg es wird tag so ok jetzt baue ich mal das erste bett oder so wie viel hast du kannst du machen also ein bett bis jetzt was fehlt dir ups ich weiß grad gar nicht ich habe hier noch seil aber das kann ich auch brauchen noch ein seil und noch ein stroh so wie viel betten kann hast du ich verstehe es gerade nicht wie kann ich es dann platzieren aha bauen aber rechts nee warte mal jetzt kann ich das bett hier hin bauen ok ich habe strohbündel hey kannst du mir noch die bauer erlaubnis verteilt wie mache ich denn das das weiß ich nicht ich habe strohbündel äh oben sie ist oben im rechten eck im linken eck wird das jetzt auch oben links der host hat die baulade entzogen hey wieso baut das jetzt nicht du musst noch anklicken steht jetzt habe ich es entnommen noch mal linke maustaste allzweck werkzeug benötigt aber ich brauche ein werkzeug für das hat den hammer jetzt fertigen linke maustaste das sind nichts von den affen wieder umzulegen ok jetzt könnten wir noch eine decke dazu machen ihr braucht eine bauerlaubnis oder warte ja ja wie mache ich denn das muss ich bei host option öffentlich nicht das was anderes mit versuch mal mit man kann seinem affen befehle erteiligen wie hast du sachen raus geworfen raus geworfen mit der maustaste bin ich habe spürt mit dem den dings noch verjährt er mit der mit dem computer also es haben wir hier wieder drei betten wo wir machen können dass du sie werden schon ich kann lagerfeuer machen aber das machen wir danach leichtes so ist zweites auch fertig jetzt brauchen wir noch ein drittes so zack 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 ok ich kann bäume schlagen so dann sollten wir an allererster stelle jetzt vielleicht mal schnell schlafen gehen dass der spielstand gespeichert wird wie geht denn das überhaupt abett klappen bett lagen benötigt ja man kann es auch übertreiben und wie macht man das bett lagen da wir brauchen einfach drei blätter ein palmen blätter ich habe zwölf das heißt kann die alle herstellen sie nix was machst du ich habe einen schatz gefunden in etwas leuchtendes hier mysteriös mich für hollow aus und schreien geht ja ich habe einen grill gefunden ich kann kochen jetzt müssen wir auf den warten und liegen hier wie die tippen in der sonderung kommen unten unten rechts sehen wir sind beide wir sind beide schon in einer höhle wir sind beide im bett am schlafen du musst zu uns kommen dass wir speichern können nicht nein nein danke das hat das für euch nicht für mich ja komm hier ist noch ein plätzchen frei leben hier rechtlich auf meiner seite ich bin gerade am grillgulasch machen na gut ok ist ja nicht so als hätten wir jetzt hier ein halbes lager aufgeschlagen aber leute ist alles gut also was bauen wir für das feuer wir brauchen eigentlich nur steine kann ich machen ja der sie nix der wird wiederkommen wird begeistert sein was wir hier aufgebaut haben wo es brennt sogar schon endlich kann ich sprengten aber ihr könnt nicht ihr könnt nicht bauen oder wie knillts fehlende rezept nein also was das denn ist ganz wichtig hier noch mal zwei stück aber du siehst wenigstens die sachen die ich aufstelle oder was ist denn das in der mitte erde oder ich habe das gar nicht in meiner meiner crafting warte mal ich muss doch irgendwie euch jetzt bauer erlaubnis hier erteilen können einen kobold greift mich an mann kobold oh der ist ja mega schnell nein spring junge jonas kommt cut 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 ja ja so das ist ein ganzes lager von diesem was gegenstand fertigen komisch oh schatztruhe ich kann nichts mit ihr machen ich komme mal zu euch kann sie nur tragen man das ist mit behindertes ich habe einen laden gefunden wo ich einkaufen kann einen laden ja hauptsache du gehst ganz alleine hier auf exkursion oder uns das war geschenk der götter die essenz der perfekten nützlichkeit eigentlich kleberband wenn knillts wir haben aber ich brauche holz guter junge da denkt einer mit guckt ihr das an nicht so wie gewisse andere personen die hier alleine einfach auf irgendwelche entdeckungsreisen gehen solche kunde die welt für euch damit ihr euch zeigen kann wo was ist und ich bringe noch eine schatztruhe wie viel holz brauchst du ich glaube das sollte reichen schau mal ups das wollte ich nicht schau mal was ich hier hab oh ging der an er bringt aber eine schatzkiste mit ich brauche noch zwei holz ich brauche noch zwei holzen was baust du eigentlich zwei lager kisten wo wir unser zeug rein tun können ach so das macht sinn das macht sinn können wir uns jetzt kurz hinlegen und schlafen kann ich nicht hier größerer stein vergust dich sie nix leg dich ins bett na komm wir gehen auch wir gehen auch wir gehen auch weg wir gucken auch nicht hin na komm nein sieh nix leg dich ins bett ja schau mal da kommt ey speichern schlafen ja wir speichern mal sicher achso so kann man speichern ja das habe ich ja gesagt dann sag doch das man was ist das jetzt hier in der mitte ich kann die truhe nicht öffnen willst du mir jetzt sagen dass ihr nicht mal rechte habt die truhe zu öffnen ich kann sie öffnen ich kann sie nur tragen verdammter Lügner verbrennen sollst du mann komm her da Fledermausk gib ihm oh ich habe die kiste kaputt gemacht oh Geld machst du meine Schatzkiste kaputt mann so ey das Corona Fleisch nimm das nicht Corona Fleisch oh ich habe einen Bogen gekriegt ja mein Bogen ja gib den Bogen mann gib mir hä wieso kann ich wer hat denn den ah ich habe ihn jetzt geil guck dir das an oh ich bin Robin Hood wie cool ist das denn ich will nicht mit Knochen spielen mann oh ich habe eine Crafting Bank habe ich bekommen was brauchst du wir brauchen ähm zwei Steine drei Holz und äh zwei von den Seilen Seile habe ich schon mal jetzt brauche ich nur noch Steine und Holz Holz ist hier ein Stück da ist Holz da nehm Holz nehm Holz wo da aha ich habe fast kein Inventar ey ups mit Stock kann man gar nicht schlagen ne doch ah ne mit einem Knüppel nur mit einem so nur noch Stein brauchen wir die Handachs kann ich eigentlich wegwerfen das ganze Zeug liegt hier rum das kostet ja geh an die Grenze du kannst die Anzahl der Gegenstände die nacheinander mit einer Werkbank ich habe Stein ah ok Giant Dicex hat reichen oder also nur noch zwei Steine ne ja hier liegen Giant Dicex 33 Steine wo oh Chicken Nuggets hä ach du da läufst du im Kreis rum alles sind aber die kleinen Steine ich brauche aber die großen warte mal hier unten hat sein ah dann reicht das hä unser Feuer ist ausgegangen ich brauche immer noch ein da ist man ach da ne hier die Stein Steinbrocken hä verstehe ich nicht ja ja war richtig was brauche ich noch nur noch zwei Holz sieh nix bist du noch da ja ja ähm ich habe einen Scheiß im Inventar das ist unglaublich du kannst die Tür benutzen ja aber wieso könnt ihr das nicht das finde ich gerade schon wieder so hm also ich bin im feindlichen Gebiet ich kann ich kann dem Affen sagen der soll was soll er machen Gegenstande werfen Gegenstande werfen folgen ablehnen beibringen oh jetzt geht's ab re re greif oh mein re greif mich an man oh das ist ein Bock oder was oh scheiße ich bring ihn zum Jonas so komm komm da können wir ihn essen komm 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 Junge komm jetzt jetzt traust du dich nicht ey wie kann man essen ich muss was essen äh du musst was kochen und dann kannst du se ja vielleicht kannst du mir das auch morgen sagen oder wir kommen vorwärts ich sterbe interessiert uns nicht ey gib mir was zu essen man ich komm da drin oh endlich aber jetzt wird Tag ich mach das Feuer an und es wird Tag aber jetzt können wir craften ey gib mir was zu essen man hä brauchen wir noch irgendwelche Gegenstände gib mir was zu essen koch dir was das Feuer ist ja da sind Chicken Nucket's keine Ahnung wie man da kochen kann mir fehlt alles ich kack an ich hab keine Federmaus ich hab kein Blatt ich hab nur noch ein ey die wolle ich machen nice eine Axt die wolle ich machen komm essen ne knilz hier nimm sie zack äh zack ich brauch essen ja warte hier hast du ein paar Chicken Nuggets da hier jetzt sterbe ich ich hab nur noch ein Prozent nimm doch ja gib doch wie esse ich jetzt ich weiß auch nicht wie man isst äh den Gegenstand gebrauchen ganz normal ähm geht nicht sterbe geht nicht hä einfach so wie ihr schlägt ich esse es geht nicht da steht ein Nusspaarflügel mit linker Maustaste ja dann macht er das großes Fleisch will ich nicht essen ah jetzt hab ich es gegessen aber ich hab es nicht gesehen ich hab fast gestorben wegen dir man so aber gib mir noch etwas ich hab immer noch wenig essen doch noch mehr ja mittlere Holz oh also meine Schmiede kann ich sogar bauen das geht ja mega und los Leute wollen wir auf Wasser gehen ey wie macht man das Stein das goldige Stein da das goldige Stein ja aber mir fehlt noch Fleisch und und äh das goldige Stein diese exotische Avocado die gelbe da wo ist die Mann das ist ein Mango wahrscheinlich ja genau ah jetzt kann ich selber wählen was ich kochen will also Leute komm ich wähle ne ich hab nicht Leute wir brauchen wir brauchen sechs Stöcke und und drei Lian das hab ich alles nicht Mann du Penner geh weg vom Feuermann ich koch dir was meine Kinder aha ok alles klar danke dir brauch ich gar nicht und was brauchen wir äh Lianen Lianen brauchen wir ja wo kriegen wir die denn her die kann ich machen ich hab die gefunden zack wie viel braucht ihr drei vier Stück oder fünf ok kein Problem ey komm mal mit ich zeig dir was hehehehe Chaolin Kämpfer ich weiß wo Gegner sind komm ja hier sind fünf nice stell dir vor du kannst auf einen Reh reiten man komm viel ja noch vier oder fünf Stück macht ihr auch was ja ich warte bis du fertig bist wir machen mit dem Gas hier los hallo komm jetzt Leute kommt mit ich hab was sieh nichts danach gucken wir bei dir auch komm mit ich zeig dir zuerst mein Spielzeug ich hab schon gesehen seid ihr bereit wir stechen ins Meer let's go Knils komm auch was braucht's noch fertig ich bin's grad am bauen jetzt da unten gibt's noch zwei Flaschenpost warte mal ein bisschen lesen für Teleporter gelten die Gesetze der Physik nicht bau zwei Teleporter um zwischen ihnen zu reisen du wirst ein paar Juwelen benötigen um sie zu bauen und leuchtende Steine um sie anzupeiben ist alles okay bei dir ja man komm bau schneller mann ich will ja nicht gehen ey so du meinst schwimmen ah nee jetzt müssen wir noch ein Segel bauen was machen wir dafür ah was bauen wir für ein Segel komm lass uns ein Segel bauen fehlende Rezeptgegenstand ah ich hab ich hab deshalb sag ich wir müssten runter gehen zu den Gegnern ich hab einen Teleporter kann ich jetzt bauen also wir gehen mal runter zu den Gegnern na komm komm jetzt ja ich mach mir noch eine Waffe ich hab noch einen Bogen mach mir auch noch eine Waffe ich hab keine Waffe das ist ein bisschen blöd nein Knils gibt ihm lieber nichts was ist ah hier machst du Waffe ah ich mach Blatt und Seil aber ich hab das alles nicht ich hab nur Knochen wir brauchen das Rezept für 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 ein Segel oh nice ja ja ich baue keinen Teleporter wieso werfst du das weg ich weiss immer noch nicht nein nicht schlafen du Penner ich weiss immer noch nicht was das für ein ah das Rezept haben wir noch gar nicht oh ich hab Bogen Zerstörungsmodus F mir noch ein Seil hey hey wer hat noch Seil und goldige Steine ups ich hab das Bett aus Versehen kaputt gemacht ja gib goldige Steine hey hey gib goldige Steine noch wie macht man die wie macht man die die weiss ich nicht frag sie nix was denn oder frag Nier soll ich mich selber fragen oder was ja frag Nier hey Nier man gib mir das goldige Gold das goldige Gold gewicht ja ja die goldige Steine man ich hab keine goldenen Steine das weiss ich nicht ja wie macht man die wie macht man die ich weiss es nicht oh du hast Bogen gemacht der Bogen ist gedroppt du lügst nein ich lüg nicht was ist das du lügst sobald du das aufhauf komm komm geh mir zum Gegner also geh mir zum Gegner komm her nun da sich unsere drei wackeren Helden das Wissen über die Insel angeeignet haben begeben sie sich auf eine lange lange Reise viele Gefahren werden auf sie warten viele Abenteuer werden sie bestreiten wenn ihr auch wissen wollt wie es weiter geht schaltet beim nächsten Mal wieder ein wenn es heißt Überleben auf der einsamen Insel dann sind sie das ist die Untertitelung des ZDF, 2020